Gumball, hör auf, meinen Bikini als Katapult für Orangen zu benutzen. Dein Dad isst da keine. Was du? Gumball, ich sagte, du sollst dein Zimmer sauber machen, nicht, dass alles in die Waschmaschine kommt. Ach, keine Sekunde hat man hier seine Ruhe. Wo steckt er denn jetzt? Gumball, warum ist die Badewanne voller Limo? Er muss versucht haben, eine Art fantastischen Whirlpool zu bauen. Ich finde es sehr wichtig, die Kreativität eines Kindes zu fördern. Das warst du, oder? Ja. Gumball, wie hast du es geschafft, Sand und Schnee ins Haus zu schleppen? Wie das passiert ist, frag ich gar nicht erst. Gumball! Gumball? Himmel, Richard, hol das Fangnetz, er ist wieder ausgebüxt. Ich bin hier. Du hast Glück, dass du so süß bist. Sonst hätte ich dich schon längst an einen Zirkus verkauft. Was ist dein Zirkus? Da geht's zu, wie bei uns, nur zahlen die Leute dafür. Du verflickst, das war jetzt das 27. Mal. Ich war als Kind auch voller Energie, aber der hier operiert im Zeitraffer. Es! Im Namen des Mittagspreises befehle ich dir zu essen. Im Namen des Mittagspreises befehle ich dir zu essen. Doch, ich hab seinen Appetit getötet. Oder vielleicht noch schlimmer. Schst, er ist endlich mal platt. Schlaf so schnell du kannst. Zweite Runde. Das kann so nicht weitergehen. Auf den Blick mal. Na, denkst du auch, was ich denke? Wir reisen in die Vergangenheit und sorgen dafür, dass wir zwei nie... Wir schenken ihm ein Haustier. Was für eine gute Idee, die wir zwei da gerade hatten. Er hat sich seit über 13 Sekunden nicht bewält. Es klebt keine Buchstabensuppe an der Decke. Na, wie willst du ihn denn nennen, mein Schatz? Darfeln. Was? Aber da steht die Jig-Pix-Gott. Wir müssen dich wirklich langsam einschulen lassen. Ich kann an deinem ernsten Gesichtsausdruck erkennen, dass du dir viele wichtige Fragen stellst. Wie, wenn ich mich selbst esse, werde ich dann doppelt so groß oder verschwinde ich einfach. Ach, wie wundervoll. Nun muss sich jemand anders seine Fragen anhören. Ich weiß. Bei einer Frage habe ich Nasenbluten bekommen. Wenn es nichts Schnelleres gibt als Licht, warum war die Dunkelheit dann eher da? Meine Muskeln werden ja ganz wohl aber nicht. Was ist mit uns geschehen? Schätzchen, wir sind das erste Mal seit Jahren entspannt. Ich weiß. Ich analyzing das Liedes. Ich weiß. Wir sind das, ob ich mich selbst sowas. Wir sind dank, dass etwas compassion und gar nie gut Finden. Aber und machennigzlos sind die immer so demonstrate die Königz calculations und Kn cling. Das ist das, Fisch mit einer Seite ice- Marcus поп首呢.